Dieses Video führt Sie durch das Verfahren zur Installation des SRAM Eagle Access Antriebssystems. Das Eagle Access System bietet eine unübertroffene Anpassung und Kontrolle, um Fahrrad und Fahrer zu einer Einheit zu verschmelzen. Eine Liste aller benötigten Werkzeuge und Zubehörteile finden Sie in der Videobeschreibung unten. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung auf sram.com. Setzen Sie eine geladene SRAM-Batterie in das Schaltwerk ein. Der Access Controller muss zur Übertragung von Schaltbefehlen mit dem Schaltwerk gekoppelt werden. Halten Sie die Access-Taste gedrückt, bis die grüne LED langsam blinkt. Lassen Sie die Taste dann los. Halten Sie die Access-Taste am Controller gedrückt, bis die grüne LED schnell blinkt. Lassen Sie dann die Taste los. Drücken Sie kurz die Access-Taste am Schaltwerk, um die Kopplung zu beenden, oder warten Sie 30 Sekunden, bis die Kopplung automatisch beendet wird. Der Kopplungsvorgang braucht nicht wiederholt zu werden, wenn die Batterien entfernt oder gewechselt werden. Beim Austausch von Komponenten ist jedoch eine erneute Kopplung erforderlich. Der Access-Controller kann am Lenker mit einer separaten Klemmschelle oder einer SRAM Matchmaker-X-Schelle montiert werden. Tragen Sie zur Montage der separaten Klemmschelle an Carbon-Lenkern Montagepaste auf die Schelle auf. Schieben Sie die Schelle auf den Lenker. Sie können die Schraube im Montageloch am Controller entfernen, um die beste Position für Ihre Konfiguration zu bestimmen. Bringen Sie die Schraube im nicht verwendeten Schraubenloch wieder an. Montieren Sie den Controller an der Schelle. Platzieren Sie die Schelle an der gewünschten Position und zielen Sie die Schraube fest. Die SRAM Matchmaker-X-Schelle ermöglicht die Montage des Bremshebels und des Access-Controllers an derselben Klemmschelle. Platzieren Sie den Controller an der gewünschten Position und zielen Sie die Schrauben fest. Verwenden Sie ein Richtwerkzeug für Schaltaugen, um sicherzustellen, dass das Schaltauge gerade ist. Verbogene Schaltaugen können die Schaltleistung beeinträchtigen. Schalten Sie das Schaltwerk in die äußere Position. Tragen Sie kein Fett auf das Gewinde der Befestigungsschraube oder des Schaltauges auf. Montieren Sie das Schaltwerk am Schaltauge. Stellen Sie sicher, dass zwischen der B-Einstellscheibe und dem Schaltauge kein Spalt vorhanden ist. Ziehen Sie die Schaltwerkschraube fest. Bei vollgefederten Fahrrädern muss der Hinterbaudämpfer zur Ermittlung der Kettenlänge vollständig eingefedert sein. Lassen Sie bei Bedarf die Luft aus dem Hinterbaudämpfer ab oder bauen Sie ihn aus. Führen Sie die Kette um das Kettenblatt und den größten Zahnkranz. Stellen Sie vor dem Messen sicher, dass die Kette vollständig auf dem Kettenblatt und dem Zahnkranz sitzt. Führen Sie die Enden der Kette zusammen. Fügen Sie für Hardtail-Fahrräder zwei äußere und zwei innere Glieder an dem Punkt hinzu, an dem sich die Kette zu überlappen beginnt. Fügen Sie für vollgefederte Fahrräder ein äußeres und ein inneres Glied an dem Punkt hinzu, an dem sich die Kette zu überlappen beginnt. Öffnen Sie die Kette mit einem Kettennieddrücker am inneren Glied. Drehen Sie den Schaltwerkkäfig nach vorne und drücken Sie den Cage-Lock-Knopf, um das Schaltwerk in der ausgezogenen Position zu fixieren. Das Schaltwerk ist federbelastet und kehrt schnell aus der verriegelten Position zurück. Halten Sie die Finger von Quetschstellen fern. Platzieren Sie die Kette auf den kleinsten Zahnkranz. Führen Sie die Kette durch die Umlenkrollen des Schaltwerks. Bringen Sie den Power-Lock-Verschluss an. Ziehen Sie die Enden der Kette zusammen und drücken Sie die Glieder zusammen. Hinweis! Der Pfeil auf dem Power-Lock muss in die Kettenlaufrichtung beißen, bevor Sie ihn verschließen. Der Power-Lock kann nach dem Verschließen nicht mehr geöffnet werden. Lösen Sie den Cage-Lock, indem Sie den Käfig nach vorn drehen und dann vorsichtig in die entriegelte Position zurückkehren lassen. Stellen Sie sicher, dass die beiden Hälften des Power-Lock richtig ausgerichtet sind. Drehen Sie die Kurbel, bis sich der Power-Lock über der Kettenstrebe befindet. Betätigen Sie die Hinterbremse und drücken Sie den Kurbelarm kräftig nach unten, um den Power-Lock zu verschließen. Sie sollten hören und spüren, wie der Power-Lock einrastet. Überprüfen Sie den Power-Lock mit den Fingern, um sicherzustellen, dass er sich frei bewegen lässt. Der Power-Lock-Verschluss ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Der Power-Lock kann nur mit einer Kettenverschlussgliedzange entfernt werden und darf nicht wiederverwendet werden. Bringen Sie beim Einbau einer neuen Kette immer einen neuen Power-Lock an. Messen Sie bei vollgefederten Fahrrädern das Chain-Gap im Sack. Lassen Sie bei Bedarf die Luft aus dem Dämpfer ab. Schalten Sie das Schaltwerk nach innen auf den größten Zahnkranz. Setzen Sie die Chain-Gap-Messlehre auf das obere Schaltröhrchen. Stellen Sie die Ausrichtung der längsten Zähne des größten Zahnkranzes der Kassette auf den Zahnkranzumriss auf der Lehre sicher. Zur Einstellung des Kettenabstands drehen Sie das Schaltwerk im Uhrzeigersinn um die B-Einstellscheibe, um die Spannung von der B-Einstellschraube zu nehmen. Drehen Sie die B-Einstellschraube und lassen Sie das Schaltwerk los. Bringen Sie die Messlehre wieder an, um die Einstellung zu prüfen. Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis der Zahnkranz richtig auf die Lehre ausgerichtet ist. Schalten Sie die Kette auf den zweitgrößten Zahnkranz. Richten Sie das Schaltröhrchen auf die Mitte des zweitgrößten Zahnkranzes aus, indem Sie das Schaltwerk justieren. Halten Sie die Access-Taste des Controllers gedrückt, während Sie die Wippe drücken. Drücken Sie die Wippe nach unten, um das Schaltwerk nach innen zu justieren, und drücken Sie die Wippe nach oben, um das Schaltwerk nach außen zu justieren. Das Schaltwerk zeigt eventuell keine sichtbare Bewegung. Achten Sie darauf, ob die Schaltwerk-LED blinkt, um zu bestätigen, dass das Schaltwerk den Befehl ausgeführt hat. Schalten Sie das Schaltwerk nach innen auf den größten Zahnkranz. Justieren Sie die untere Anschlagschraube so, dass sie den inneren Parallelogrammkörper leicht berührt, und drehen Sie sie um eine Viertelumdrehung zurück. Schalten Sie das Schaltwerk nach außen auf den kleinsten Zahnkranz. Stellen Sie die obere Anschlagschraube so ein, dass sie den inneren Parallelogrammkörper leicht berührt, und drehen Sie sie um eine Viertelumdrehung zurück. Sie können die Schaltleistung des Schaltwerks optimieren und unerwünschte Schleifgeräusche verhindern, indem Sie die Position des Schaltwerks mit Mikroeinstellungen justieren. Halten Sie die Access-Taste gedrückt und drücken Sie die Wippe des Controllers nach oben, um das Schaltwerk nach außen zu justieren. Halten Sie die Access-Taste gedrückt und drücken Sie die Wippe des Controllers nach unten, um das Schaltwerk nach innen zu justieren. Das Schaltwerk zeigt eventuell keine sichtbare Bewegung. Achten Sie darauf, ob die Schaltwerk-LED blinkt, um zu bestätigen, dass das Schaltwerk den Befehl ausgeführt hat. Nachdem Ihre SRAM Access-Komponenten an Ihrem Fahrrad montiert und eingerichtet wurden, laden Sie die SRAM Access-App kostenlos in den App-Stores herunter. Verwenden Sie die App, um Ihr Konto zu erstellen, Komponenten hinzuzufügen und Ihr SRAM Access-Benutzererlebnis anzupassen. Damit ist das Verfahren zur Installation des SRAM Eagle Access-Antriebssystems abgeschlossen. Wir werden sehen,언 deck settlements, im Know-Auth-Komponenten gewechselt 134-S cữ alien zu sich und zur VerSO Briten erklären, Katarok1 bearément Nachellen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020